Das RegioTV Plus jetzt für euch beim Restaurant zum Ritzstöbeln und das ist auf der Binnigerhöhe oben. Bei mir ist die Nathalie. Nathalie, es hat hier einen Wechsel gegeben, da ist ein neues Wirtenbärchen drauf. Und ich habe herausgefunden, die haben gerade einen super Anlass geplant, jetzt am Pfingsten. Verzählt euch, was erwartet euch hier? Also, die euch erwarten eine ganz coole Sache zum ersten Mal. Wir haben gestartet im Februar und haben gedacht, okay, jetzt ist der Winter durch und wir wollen eine super neue Terrasse präsentieren mit Aussenküche, mit Grillstation, mit Aussenbar, wo man bis in alle Nacht einweilen kann. Und das wollen wir dann einweilen und präsentieren und haben Livemusik da mit dem Rocco Granada, ein super Musiker. Es fängt hier am 5. Mittag, schönen Aperonet, Musiklose und geht bis alle müde sind. Bis wir heimlaufen und den Hügel runterrugeln. Jetzt hast du bereits alles gesagt, was erwartet, aber die Spaziergänger unter der Woche, wie sind ihr offen? Kann man hier einfach auch schnell ein feier Blättchen nehmen, wenn man unterwegs ist? Könnt ihr auf jeden Fall. Wir haben offen vom Mittwoch bis und mit Sonntag, vom 10 Uhr morgens bis um 10 Uhr zu oben, nonstop. Wunderbar. Also, ab ins Restaurant Reiterstöbli, hier in Binnigen. Wunderbar.